Hallo, hier ist der René, ich grüße euch. Ich bin gerade in Sonneberg eingerollt. Es ist wahnsinnig stürmisch geworden von einer Minute auf die andere. Es regnet, es blitzt und donnert. Vielleicht fängt es auch noch an zu hageln, ich weiß nicht, vorhergesagt war es wohl. Ja, ich bin heute nach einer wirklich tollen Nacht, ich habe super durchgeschlafen, bei einer ganz netten Familie, um... Wo bin ich losgefahren? Ich glaube, drei Viertel sechs. Ähm, bin dann bis um zehn komplett im Regen gefahren, aber das war guter Regen, nicht so wie es jetzt ist. Äh, also die Plattenwege waren heute echt der Hammer, also heute war nur Platte, nur Platte. Das fährte ganz schön, also ich hatte unheimliche Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Aber gut, im Endeffekt habe ich mein Tacho umgedreht und habe gesehen, wie weit es bis zum Ziel ist. Jetzt habe ich irgendwie doch, glaube ich, noch 160 bis zum Ziel, also ein bisschen mache ich heute noch was. Wenn es denn aufhört zu regnen, ich würde gern auf zweistellig runterfahren heute, dass ich vielleicht... Und wenn es nur 99 sind, ist mir auch egal. Gut, ich habe ein paar YouTube-Videos mal abgehört von Walter und Kollegen. Leider weiß ich immer noch nicht, was mit dem anderen ist. Also, Phil, denke ich mal, ist nach Hause. Mit Paul fährt er noch oder fährt er nicht? Gunnar fährt er weiter, fährt er nicht weiter? Ich habe keinen Plan. Aber auch egal, geht ja um mich. Und dir macht es noch Spaß. Ähm, morgen ist definitiv der Finish. Bis dann, ich freue mich. Tschau.